hallo leute herzlich willkommen zur dritten folge creative craft 2 wir sind jetzt beim endportal dass man da ein bisschen hinter mir sieht und im talk mit ganz vielen anderen leuten das ist dann eine plattform ist und wir nachher darunter fallen ja ich gehe als erstes rein ich habe nicht so wertvoll ist das ist richtig ärgerlich wenn wir dann abkratzen deswegen gehe ich rein bei mir ist es egal gut meine pickaxe heute vielleicht mal helfen weil die habe ich keinen bock mitzunehmen ich muss einmal kurz meine items sortieren sonst sterbe ich vielleicht sonst direkt gleich aber dann geht es und ich muss ein schild anziehen so bitte nicht gestern warst du auch derjenige sind jetzt alle da ja soweit ich weiß okay weg nach oben ist fertig hä willst du mich verarschen hier drunter seid ihr endermann safe jetzt alles haflicher wasser platziert zu spät wir haben auch alles die plattform hier also die insel bitte meine items am besuch ist ohne items durch netter und ins entweder das rein zu rumpen schafft ihr was schaffst du aaa eigentlich sind wir so viele verschiebt einfach mehr wird das ist so aufs maul nah und an der fiel nene macht durch auch die alle das problem ist nur dass die wahrscheinlichkeit wenn ganz viele leute da sind Prozent geringer ist das Prozent der Ender Dragon genau auf einen geht ja let's go hä ok ja ja warte wir bauen hier kurz bauen wir bauen hier jetzt bauen wir hier jetzt ich bin richtig smart ok ja ich brauche weiter ich brauche weiter ha ha let's go ok das einzige komplizierte sind halt die Endermans irgendwie ja weil wir keine Pumpkin äh gut Pumpkin verstehe ich gar nicht warum die mich halt normalerweise greift die mich so nie an ich weiß auch nicht weil ich guck die ganze zeit eigentlich nach unten so hier liegt es darf ganz viel ich glaub das ist der von Dark Seegurke soll ich den einsammeln oder sammelst du den ein ja kann auch von mir sein weil ich hab meine nein das ist eine Endermansrüstung ok gut das ist sie ne aber jetzt im Moment nicht ach so wir müssen den Dragon nochmal für Linguin Potions angreifen actually hast du auch mein Schwert oh ja das kann ich nix machen Schwert und Schild müsste es noch zumindest sein Achs ist das beste Wrappen was es gibt gegen Ender Dragon dann Schild da genau komm jawoll dankeschön so wir spinnen hier erstmal jetzt kommt dann jeder jeder Schuss ich treff einfach jeden Schuss easy oh er ist in der Mitte er ist in der Mitte auch hier jetzt wer den Staff von Dark Seegurke hat bitte zur Enderman trussparton the fuck was es ruckelt ja richtig ey oh wer nein ich hab mir keinen Wiedereich gepunkt oh ich hab keinen Bock mehr alter wer hat da TNT geplayt ich mach gar keinen Schaden ich dachte es macht schaden ich dachte es macht genauso schaden wie Ben ich hab keinen Wiedereich genau jetzt Wüstenzombie wohl was trinken hat jemand meinen Loot geklaut genommen hier wer hat doch nicht ich kepp hier gerade mit dem Enderman ich komm hier nicht weg so da hatten wir eine Netherite warum hatten wir das warum hatten wir das es legt einfach es legt einfach aufs Todes so ist das ja das hat ok der Dragon hat wieder nach unten geht drauf ah ey wo sind eure Eisenhosen ey wo sind eure Eisenhosen ey wo sind eure Eisenhosen Leute ich brauch unbedingt meinen Loot ich hab nichts mehr zu vergessen ja kann ich dir geben ja ich bin am Anfang nur wo ist gleich wir fighten gerade ein Drachen hier ja ja ich brauch auch oh Gott ist Leute wo habt ihr wo sind die Eisenhosen die ihr irgendwo die ihr gesagt habt die ihr habt gute Frage oh cool der NR3 ist gleich tot ja Moment schaffen wir es ich kann wir es halt weg gehen müssen genau unter den Drachen ich komme ich komme und bring erstmal Essen zur Plattform ja halt du musst mir auch gleich meine Sachen zurückgeben glaube ich hast du eine Mähding-Axt eingesammelt ich glaube ja irgendwer hat hier halt alles mit Wasser geflucht das ist besser wie schlau aber er hat nichts mehr aber er hat nichts mehr schlau so Drache ist gleich down ja wir haben noch ein paar bowshots wo ist die Schutzplattform in die falsche Richtung gerannt die ist in der Mitte die ist in der Mitte relativ ne ich habe von irgendwem die Dia-Spitzhacke gefunden wahrscheinlich meine ist sie komplett kaputt und unentscheidlich ja alle Garten jetzt ja das war eine ja das war eine warum sammeln immer alle ich glaube ich habe was von dir kommt da wohl unter den Drachen komm unter den Drachen so ich stehe als Artikel nicht eine Kugel hat er getroffen so von wegen ne dies war aber ne richtig nicht richtig große ne richtig große ne wer ist ich äh ich ich komm gerade es wäre super nice wenn ihr mir Dings meine Sachen zurückgebt ich hatte irgendwie 4 Stacks oder 5 Stacks Cobblestone oder so ja das ja kommt hin ich habe auch ich komm in das Portal könntest du mir ok danke auf jeden Fall dafür hey ich komm in das Portal ok wer könnte mir meine Sachen zurückgeben ich kann das Wasser nicht mal weg machen hallo Moment 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 ich helf dir ey wie viele Quellen aber ich habe keine Errungenschaft bekommen ne ja die habe ich bekommen ja bei mir war es irgendwie ich wollte auf Escape drücken dann hat sich das sofort wieder geschlossen ja das geht die ganze Zeit bei mir nicht ja ich habe das alte 4 benutzt einfach mit Teppchen hochstecken ja das ist der billigste Baum keine Ahnung Kevin tut mir leid tut jetzt doch wo seid ihr denn jetzt alle hin wir sind jetzt wegen des Transit gegangen wir gehen jetzt da in das Gateway ja in welche Richtung das ist die Frage ich habe mir was zu trinken es gibt nur eins was das ist in der Mitte das Portal meint ihr nein das Portal außen das Portal außen ich sehe da hinten so einen komischen Dings was ist das ach ich bin dran juhuuu sorry was ist das hier da ist irgendwas mit Background und sieht aus wie ein Portal ja da musst du durch da musst du durch da muss ich durch da muss ich durch hat wenn sie welche von euch noch zwei Wassereimer oder so äh Hextechs guck mal hoch Leute mit echtem Style machen das so was ist das ich setz ich setz einen Stein und habe hier plötzlich Wasser habt ihr hier Wasser hingesetzt dass man hoch schwimmen kann oder was weiß ich ihn nicht also ich nicht aber kann sein dass das jemand gemacht hat das kann good sein nie ähh irgendwas Chorus Früchte keine ahnung was mir das jetzt aber ja die macht mal soés soll ich die bauen oder soll ich lieber die mitnehmen und dann woanders hinpacken I don't know, äh, bau sie mal, bau sie mal, weil in NCTs sind immer noch Energists. Im Early-Game sind die extrem wichtig. Für uns sind die halt gar nicht wichtig, muss man ein paar Stubs ein bisschen... Digga, ich hab einfach Steinachs und Sticks, weil wer bin ich denn in meiner Energist? Kann ich jetzt total einfach jetzt durchgehen oder muss ich ne Enderperle nutzen, um da durchzugehen? Muss ne Enderperle nutzen oder schwimmen. Kann ich irgendwie Holz haben? Oder schwimmen? Kann ich Holz für ne Werkbank haben? Ja. Wie? Boah, alter ey, der ist... Au. Zum Glück. Ey, warum sind denn jetzt schon wieder die scheiß Endermen gegen mich aggressiv? Ich geh, ich geh dann mal weiter traveln, wach? Falls ihr was findet, könnt ihr dann, äh, wo seid ihr dann, wenn ich fragen darf? Ich kann nix finden, weil, ähm, ich hab ne Festung, aber... Du kannst kommen, die Endermen sind alle weg. Aber die... Sobald wir die Elytra finden, kommen wir zurück. Und, äh, wenn wir zurück sind, dann machen wir Raketen und dann, äh, werden wir mit den Raketen einfach durchs Endfliegen und dann neue Elytron holen. Das ist... Super. Genau. Also ich könnte jetzt schon mal, äh, ja, wir bräuchten eigentlich mal irgendwie ne TNT-Farben, ne? TNT-Farben? Oder ne Sch... Nein, äh, Schwarz-Pulver-Farben, Entschuldigung. Ja, das... Hast du noch Enderperlen, ja, ne? Ja, ich hatte nur ein halbes Herz, deswegen war das ein bisschen problematisch. Okay, ich hab jetzt keine Enderperlen mehr, ich muss wieder in welche Farben. Ja, ich helf dir ein bisschen. Ich sitze jetzt mit dem zusammen im Boot, das ist natürlich auch cool. Fahrgemeinschaft. So, hier diese, diese zwei Wasserströme im Dorf, die können theoretisch auch zur Not weg jetzt, ne? Hä, es hat grad mega leckt. Ja, ich, ich, ich hab, ich hatte eine Festung, kann die aber nicht, äh, da kann ich aber nichts mitnehmen, weil, äh, ich werde sofort sterben. Es hat grad mega geleckt, ich bin nicht gestorben, zum Glück. Ja, ich hab's gesehen, der war auf einmal irgendwie weg, wegen dem Wasser. Ja, ich hab das Wasser nur platziert, weil ich random Schaden bekommen hab. Hä? Wo ist denn jetzt der Enderperlen? Achtung, da ist noch einer aggressiv auf dich. Ich will sehen. Ich hab nur kein Boot mehr, weil ich mein Boot da hinten hingepackt hab. Oh shit, 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 shit. So. Leute, wenn ihr in die Richtung, glaub ich, weitergeht, wenn ihr meinen Weg gefunden habt, dann seid froh da, da kommt gleich, da kommt eine Entfestung. Ich kann, ich kann ja nicht überleben. Okay, ich hab das Wasser ein bisschen ausgeweitet, hier. Nein! Pass auf! Ja, mein Boot hat's runtergespült. Oh. Habt ihr jetzt eigentlich eine Stadt gefunden? Nein, haben wir nicht. Ja, ich schon, aber ich kann nichts machen, weil ich keine Rüstung hab, kein Schwert, ich hab nichts. Ähm. Aber hier ist eh nichts. Ich muss es jetzt kurz schaffen, ein Crafting-Table zu platzieren. Scheiße. Oh, der nach unten gespült ist. Kannst du bitte da Wasser, überall Wasser platzieren, dass überall Wasser runterläuft? Ich bin runtergefallen. Überall muss Wasser runterlaufen. Da ist eine unendliche Wasserquelle, die hab ich gemacht. Da muss überall Wasser runterlaufen. Wie ich einfach mich durchs Entwässer schlage, als manche Leute mit mir. Wenn ich, wenn ich, wenn ich ne, wenn ich ne Enderperle gehabt hätte, hätte ich mich gerettet. Aber so, du musst überall Wasser, muss runterlaufen. Äh, wie schnell der Reflexe würdest du denn bitte haben, wenn du ne Enderperle hast? Wie willst du denn da retten? Weiß nicht. Das doch, ey, das doch. Äh, nein, nein, ich war direkt neben einem Block. Ich hätte direkt, also da war auch noch unten an der Fest, äh, an der, an der, an dem Rand, war auch noch so ein, so ein Vorsprung, der auch noch, äh, der ist nur halt 50 Blöcke weit weg oder so. Da würde ich jetzt easy ne Enderperle hinwerfen können. Da probier's jetzt mal. Da, wo du, glaub, runtergefallen bist, ja. Da, wo das Boot ist, gewesen ist. Stream am besten mal. Ich guck einfach einmal, weil ich weiß, wo ich runtergefallen bin. So, da. Da läuft jetzt überall Wasser runter. Okay, das wird klappen. Nee, ich bin, ich bin schon raus. Ich bin schon, ich bin schon im Void. Ich kann, das Wasser ist über mir, aber ich komm nicht mehr hin. Shit. Das heißt, meine Items sind jetzt weg. Ach, scheiße. Ähm, Kevin? Hm. Hast du Lust, wenn wir da, dass wir mal die, die, äh, Basis vom, äh, Keanu mal irgendwie auflösen? Ja, klar. Ja. Kannst du mir nicht ne Enderperle da runter droppen? Das müssen wir jetzt ausprobieren. Ob wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir richtig krass nachkappen. Wo bist denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Bisschen weiter links noch. Fall du nicht auch noch runter. Ah, nee, da ist ja ins Wasser. Gut. Äh, erst mal schlafen. Erst mal schlafen. Leute, ich hab den perfekten Plan. Ja. Ähm, ich guck jetzt, ob ich, ob ich, ob ich, ob ich so ein Bot bekomme, wo ich mir jetzt ein Chester im Chunk sehen kann. Ob ich alle Teil-Edges und Chunks scouten kann. So, jetzt zerst... Ja, sag du. Scheiß, wir sind jetzt nicht. Komm gleich. Ja, ich... Also, ich... Die Fight ist noch. Ja, es ist... Das ist Quatsch. Ich werde jetzt gleich tot sein. Ich werde jetzt gleich sterben und alle meine Sachen sind weg. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich hab nur Full-Tier und so. Nur Full-Tier. Aber ich weiß nicht, wie ich mich aufgeregt hab, als ich eine Tier-Chest-Paid fall... Ach so, ich hatte doch gleich die Tier-Sin-Mitar. Mal gucken, ob das geht, so. Ach, schade. Das ist natürlich jetzt bitter. Das war hier noch gewesen, nix mehr, oder was? Ich hab auch voll viel Obsidian-Grad verloren, aber das ist jetzt, glaube ich, das, was am wenigsten schlimm ist. Oh, hier, hier. Hier, guck mal. Haha. Okay, es lagg grad so doll, dass sich mich das Teil grad nicht teleportiert. Ich krieg Schaden. Warte, ich hab keine Sicherheit drum. Lol. Hm. Was denn? Soll ich dir bei mir ankommen, oder wie? Sag Bescheid, wenn du... Ich weiß nicht, wo ich hin muss, aber ich bin jetzt im Transit. Ehm, warte. Ich spiel eine Runde Deathrun auf der HALF. Ah, hier, 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 guck mal. Das ist überall doch... Hab ich schon gesehen, ja. Da, wo dieses Granit lang geht, Soll ich da lang? Ja, genau das. Okay. Lol. Das ist ein Schiff. Direkt daneben. Wo ist ein Schiff? Wer hat ein Schiff? Ich. Ach, da, ich hab auch ein Schiff. Echt? Lol. Wo bist denn du? Ich bin einfach dem Granit gefolgt. Da ist eine Endfestung mit dem Schiff. Wo denn? Hä? Warte mal. Ich bin einfach nur dem Granit gefolgt. Mehr hab ich nicht gemacht. Ja, okay. Ich hab die Sichtweite auch runterge... Achso, ja, gut. Warte, ich werd gleich... Ich werd gleich mich darum kümmern. Ich muss einmal kurz mir Enderperlen holen, damit ich überhaupt in das Schiff reinkomme. Und dann hab ich Elytra. Das ist ja schon mal ne gute... Also, eine Dia-Rüstung gegen ne Elytra. Okay. Oh, ich bin echt... Warte, ich geh kurz einmal hier hoch. Soll ich jetzt wieder zurücklaufen? Ich schmeiß dir mal ein paar Steine zu. Hä? Und ich seh... Sind die runtergefallen? Egal. Schmeiß mal einfach hier ein bisschen Essen runter. Mal irgendwie... 3, 4 Brote oder so reinkt das mal. Soll vermutlich zurücklaufen, oder? Danke. Ja, du musst zurücklaufen. Yo! Okay, Leute. Ihr müsst mir jetzt einmal kurz zuhören. Ich bin von unten im Schiff. Ich hab ja keine Rüstung. Und hab die beiden Truhen gelootet von unten im Schiff. Und hab ja dadurch jetzt die krasse Rüstung. Okay, gut. Weg, 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 weg. Ah! Ich hab kein Schild. Ich auch nicht. Ich hab ein Schild. Hm? Da unten war noch Eisen. Das wollte ich eigentlich holen. Aber plötzlich kam der um die Ecke. Oh, hier sind aber noch Healing Potions drin im Schiff. What? Es looted halt nicht alles. Oh! Nein, nein. Ich bin doch gar nicht bei euch. Okay. Ich baue mich gerade hoch, um mich dann zum Schiff zu teleportieren. Ich hatte eine Lüte dran. Was passiert, wenn ich mich in diese kleinen Portale reinporte? Ja, let's go! Erster. Was passiert, wenn ich mich in so ein kleines Portal reinporte? Komme ich dann wieder beim normalen End raus? Ja. Ja gut, dann wirklich so. Das ist wirklich einfach. Ja, endlich! Erste Schalter ist tot. Das war so lucky, dass ich einfach ein fucking Schwert in dieser Plesse gefunden habe. Ich bin ein bisschen auf den Anbau, oder? Ja, ich bin ein fucking Schwert in der Karte. Für mich ist alle nicht mehr. Ja! Ja! Ja, Mann. Ja, gut, scheiße. Okay, Leute, dann gucken wir mal in der nächsten Folge, ob wir da eine Elytra kriegen. Aber das war jetzt hier auf jeden Fall schon mal spannend. Ich habe meine Tierrüstung verloren und so weit habt ihr alles gesehen. Und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Leute.